4, 3, 2, 1 Und Rangers, stellt euch an den Rand, die nächsten Puls kommen schon In 8 Sekunden noch nicht Dann kannst du dich dahin bewegen Nicht in der Fläche stehen, nicht in den Flächen stehen Wartet doch, und jetzt könnt ihr anfangen, Wanne, du gehst rein Stefan da rein und Vanilo, Vanilo hier hin Du musst jetzt irgendwo mitlaufen Du tustest ja diese... Welche... Wann ja nicht zu weit? Wann ja nicht zu weit? Ja, ich sehe ja den... Einfach nur den Innenkreis, genau, und jetzt läufst du hier einfach im Kreis und clearst Go, 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 go Und jetzt heilen wir das Ding hoch Sehr schön Denk dran, der Innenkreis hat immer Fokus Innenkreis ist immer der Fokus. Orbs kommen. Und rein ab, alle rein. Gar nicht grünen, gar nicht dashen. Warte, bist du schon mal am Dashen gestorben, genau in dieser Phase? Nein, am Dashen nicht. Aber ich hab Wecklück gemacht gegen den Baum. Egal, egal, egal. Wir können Wann ist Fels später analysieren. Und jetzt, go, go, go. Instant reingrippen. Denkt an die CC-Reihenfolge. Und der Rest macht sich ready zu kippen. Tötet die Ads, tötet die Ads. Tötet die Brambles. Jetzt kannst du annehmen. Nochmal Rebuffen. Ausdauer, anders. Kraft. Genau. Jetzt die Orbs nochmal soaken. Oh, es hat drei Orbs. In der Fall. Seed Defensive, Seed Defensive. Revival. Ok, Full Energy. Stellt euch da rein. Selten Spaß noch einmal. In der Fall. In der Fall. Jetzt kommen die Ads. Voll auf die Bäume. Ja. Voll auf die Bäume. Alles, was sie haben. Obviously. Cooldowns halten danach. Kicks. Kickstunts und an den Rand. Du musst es noch einmal sauber spielen. Wir haben genug Damage. Wir brauchen nichts. Kevin, mach dich ready. Halt eure Cooldowns für die Phase. Abs. Ok, Kevin. Cutter, let's go. Ich kann eigentlich spawnen. Ihr könnt her. Jetzt pushen. Jetzt pushen. Die Wurzel noch. Die Wurzel, die spawnen. Push den Boss. Oder bringt sie zum Feuerlöscher. Keine Ahnung. Passt. Jetzt push den Boss. Soak alles. Soak die Ops. Soak die Ops. Okay. Soak die Ops. In Power. Bloodlust. Bloodlust. Invoke you in. Rallying cry. Ormaster Stark. Darkness. Kuppel. Rally. Alles, was wir haben. Jetzt fokussen. Genau. Jetzt einfach nur sauber spielen. Schaut, wo euer Mark steht. Die gehen direkt in die Mitte am besten. ziehen in die mitte und wir stehen alle hinterm boss alle hinterm boss ja ich sage alle stehen hinterm boss kommt man jetzt second pot sind ready jetzt bornen instant sie sind gar nicht grünen instant und gibt ihm die potzien wenn ihr sie ja die haupt und so wer dann kommt er so für die rangers jetzt alle in die mitte alle in die mitte go 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 rein in das ding alle rangers ein trend ist draußen grüpp den trend rein erst direkt am bus der alles gut bleibt ruhig zieht noch mal alles was ihr habt an die fans selbst und die lösung anregen ach lass ich sterben und zocken nochmals und zweiten ja Untertitelung des ZDF, 2020